so hallo bei diesem katz ich glaube sie hat schon wieder falsch ausgesprochen aber gucken wir mal rein checke es die sie 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 Willkommen zurück, Commander. Your ship has been damaged, and I've taken you out of stasis. I am Alain, Emergent Logistics Artificial Intelligence Network. What you're seeing is a feed from an unidentified planet, where I've deployed a team for you to command. This planet seems to be the source of the damage, and we are unable to leave the planet's orbit until our ship is repaired, and the source of the damage is identified. Okay. You will need to establish a small mining facility in order to proceed with ship repairs. This will be your primary objective. The communications are currently limited, so one of the first things you will need to do, is to establish an uplink from ground level. Try to find metal and crystal deposits, as we will need them for repairs. Kleiner Turm, Fertigungsanlage, Speer, 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 Speer. Hier haben wir Kristalle und hier haben wir Metal. Eine kleine Fertigungseinheit, die Rohstoffe und Einparkkomponenten verarbeiten kann. So, jetzt habe ich hier, okay, BSD ist klar. Ich habe hier, okay, BSD. Du, 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 du. See? Also, ich gehe hier, ob." Du. 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 beginnt mit dem abbau von metallen wieder ein scout aus mit einem laser berg wähle ein scout mit einem laser bergbauwerkzeug wir gehen nun mit dem abbau von kristallen metal all will need to be processed in the metal bars this can be achieved in the fabricator which you will find on your command center einheit im gebäude haben keine feste funktion sie müssen über komponenten verfügen um funktions tätig um funktionalität zu erhalten einheit im gebäude verbiegen über sockel die für die montage von komponenten verwendet werden sockel gibt es in vier verschiedenen größen glückwunsch du hast dir du hast das sammeln von metall automatisiert du kannst jetzt mit der fertigungsreihe komponenten verarbeitet versuche den komponenten damit auszustatten glückwunsch du kannst jetzt die fertigungsreihe komponente verarbeitet versuche den komponenten glückwunsch du kannst jetzt die fertigungsreihe komponente verarbeitet versuche den komponenten den komponenten verändert werden Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier kann ich Gegenstände anfordern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube ich muss da mal neu starten, Spiel neu starten, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Crystal kann be used. 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 of materials for future production, so having several dedicated production buildings is recommended. I would suggest building one or two more facilities to produce metal bars. The more buildings we have, the faster we will be able to produce materials. Later we will need to increase the number of mining units, in order to keep up with demand. For more information visit www.fema.org 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 so er weise der position automat hier baum gebäude einfaches 1x1 gebäude mit guten inventar platz unterstützt aber nur eine kleine komponente so können auf verschiedenen arten zwischen wolken und einheiten bewegt werden davon beschädigte in eine gewünschte anzufordern will das neue gebäude aus und klick auf die schaltfläche und fordere eine fertigung an ja du wirst feststellen dass die fertigung automatisch geliefert wird ohne dass du angeben musst woher sie bezogen werden sollte so 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 genau jetzt läuft wieder alles so auch der produziert jetzt jedes mal erweiterung der produktion wir sind nun bereit eine neue baumaterial zu produzieren metalplatten werden ebenfalls in der fertigungsanlage hergestellt ok zack, zack und metalplatten zack Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja ist schon ist schon recht kugel es erinnert so ein bisschen an fakturio es erinnert also ich finde von den abläufen her erinnert so wir brauchen mal wieder kristalle mein freund also ich finde das früh gemacht auch dass sie die ressourcen überspringen so so doch wir bauen hier noch eine lagereinheit hin und dann tun wir da die blöcke und ist alle und also was zwischen lagern also erst mal stahl lacken und kristalle so 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 auch mit solchen uplink erstellen einen jahr so 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 dann zwei Bergvorte. Zack. 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 Einfaches Signal, Forschung starten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wir brauchen ein strom bot ein licht bauen wir wir haben geteilt die so und jetzt können wir ein strombad bauen oder und jetzt können wir ein strombad und jetzt können wir ein strombad. Die Möthenship We need higher-level material production. Advanced materials are the next level of development, which can be produced in the assembler. We will require a high volume of materials, so you will need more buildings and mining units to keep up with resource demand. Ach nee, dafür bräuchte ich verstärkte Platten. Kriege ich ihm verstärkte Platten her? Da kriege ich verstärkte Platten her. Oh, okay. verstärkte platten montage band mal gucken was das jetzt wird da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.